Das ist Herr Meier. Er ist Geschäftsführer von drei Möbelhäusern. Um Kunden anzulocken, schaltet er für viel Geld Zeitungsanzeigen, sendet Radio- und TV-Spots, lässt Prospekte verteilen und betreibt Online-Marketing. Und mit etwas Glück trifft Herr Meier mit all dem jemanden, der gerade Möbel braucht. Wenn es nur nicht so teuer und ineffizient wäre. Mit Kopari trifft Herr Meier immer genau die Richtigen. Zum Beispiel die Wolfs, die gerade ein Haus bauen. Ihr netter Hausbauberater überreicht Ihnen bedarfsorientiert Gutscheine für den nächsten Einkauf in Herrn Meiers Möbelhaus, im Elektrofachmarkt oder im Baumarkt. Die Gutscheine auf kopari.de aktivieren und... Schon sparen die Wolfs bares Geld beim Kauf ihrer neuen Einrichtung. Und für Herrn Meier ist Werbung mit Kopari viel effektiver und günstiger als bisher. Ganz schön effektiv, ganz schön Kopari.